So dann schauen wir doch mal was der Delfin sagt. 2,20 Euro weg. Da kommt schon 3 Stück. Auch nicht. Sehr miese Rabe. Da gibt es keine Muscheln heute. Schade, schade. Einmal nichts. Dann drehen wir doch mal eine Runde. Ja, 2 Euro los. Das war doch schon mal die Schlecht. Da fällt er zurück. Schade. 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 Was zündet hier? Dann wechseln wir und mal eine Runde Centaurus 2 Euro, 2 Euro ist gut, los gehts. Was zündet hier? Oh, jetzt machen wir eine Runde Frösspiele hier. Na, wo sind sie denn verbuttelt? Na, eine fehlt. Hm. Oh, es kommt schon. Oh, na, irgendwas vernünftig hier. Lassen wir mal nicht so hängen. Kann sie knicken. Nicht möglich drei zu bekommen. Schade. Heute nicht. Und mal eine Runde Doppelbuch. Na, nehmen wir mal 10, 1, 2. Schade. So. Und mal eine Runde Doppelbuch. Und mal eine Runde Doppelbuch. Und mal eine Runde Doppelbuch. Mal eine Runde Doppelbuch. Alter, das ist ja mal wieder eine richtige Talfahrt hier. Heftig. Das waren dann wohl 60 Euro. Oh, schade. Und kurz vor der Stunden Pause gibt es hier 10 Freispiele für 4 Euro. Na. Ey. Komm. Zieh welche dran. Oh, übel alter. 4 Euro Hinsatz und so fort. Boah. 680 Euro ist das hier mein. Alter. Ist das fies. Und heute gibt es mal ein Ründchen Chip Runner. Los geht's. Boah. All right. Komm schon, mach eine auf hier. Glöckchen. Oh, er füllt sich. Komm schon, lass mal eine auf das Park. Komm schon, lass mal eine auf das Park. Wir gehen auf zwei. Ach, ergerlich. 80, jawohl. Das ist gut. Mann, der rückt ja keiner raus hier. Das soll nicht werden, wenn es fertig ist. Schweinerei. 44. 160, sehr schön. Sehr, sehr schön. Na, dann kriegen wir ja vielleicht doch noch eine. Ja, damit. 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 Ja. Der macht wirklich keine Euro hier, tipps er ja auch nicht. Kriegen wir so, dann hebt er 40 Euro. Kennen wir doch alles schon. Ah, jajajajaja. Tja. Fläubchen, 48, 96. Also, jene hätte ich noch gerne mal gesehen hier. Da ist er. Oh, das war ein Vernünftchen. Ah, hier auf die 28. Ich fasse es nicht. Hier, hier. Mann! Oh, hier gibt es doch nicht. Knapp daneben. Schade, schade, schade. Gut, dann soll es das an dieser Stelle erstmal mit Chip Runner gewesen sein. Und wir drehen mal hier eine Runde, ob wir einen Bonus kriegen, los geht's, 2 Euro, 40, nehmen wir. Oh, Kirschen, weg sind sie. Ah, komm schon. Oh, 4 Euro, lächerlich. Hey, wir waren Pornos hier. Na los jetzt, das muss er sein. Ah. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, übel, ey. So, letzte Chance. Macht er nicht, also Spielwechsel und mal eine Runde Bella Italiars. So, mindestens dreimal Skater hätten wir gern. Ah, Jochen, alter Knochen. Na, komm, die waren es noch nicht. Okay. Okay. Die müssen irgendwo versteckt sein hier. Ja. Komm mir mal ein bisschen. Yas. Das sind Moix. Das sind Moix. Oh, das geht gern schön runter hier. Da waren es nur noch 15. Jetzt wird es eng. Kein Gewinn zu holen hier. Schade. Das war nichts. Ach, na Wahnsinn. Und auf 0. Und wir ziehen uns heute mal hier eine Runde rein. Mal schauen, ob wir ein paar Freireisspiele bekommen. ZERO. Acht! 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 Nein, nicht die Zehn. Muss doch nicht sein. Na? Nicht mal das. Hallo, es ist eine Follekiste hier. Mach da nicht. Schade. Zarte 31. Na mega. Was für ein Gewinn. Das war ja nicht toll. Da sollten wir vielleicht mal bei einem anderen Spiel reinschauen. Und wir drehen heute mal hier eine Runde. Starten wir mal mit einem Euro. Oh, lucky lady. Oh. 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 Los, schenk uns mal drei hier. Boah! Na! Müssen doch mal drei zu kriegen sein hier, tipps doch nicht. Leider kann es auch in eine Tonne treten. Und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Keine drinne. Dann wechseln wir mal das Spiel.